Was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch ein geht's gut. Ich hab die Uhrzeit ein bisschen verplant, das tut mir leid. Ich geb's ja schon zu. Das Problem ist, wir haben ja hier ein bisschen Zeitverschiebung. Eine Stunde und deshalb dachte ich, ich muss jetzt um 16 Uhr auf dem Zimmer sein, aber dann ist ja bei euch schon 17 Uhr. Wir waren die ganze Zeit noch am Meer und deswegen hab ich's halt ein bisschen verpeilt. I'm sorry. I'm so sorry. 100.000 ist so geil. Katrin, ich danke dir. Ich hoffe, euch allen gefällt, die Nummer echt. Die Zeit verpeilt. Ja, sowas kann eben nur mir passieren. Gibt es deine Single auch auf iTunes? Natürlich, Leute, ihr könnt euch die Single überall holen. Bei iTunes, Amazon, Spotify, Deezer. Ihr kennt alles, Leute. Und es ist unfassbar, wie viele Leute von euch gerade diese Nummer streamen. Also vielen, vielen Dank für eure unfassbare Unterstützung. Echt. Dein Lied hat alles einfach auseinandergenommen. Ich kann es jetzt schon auswendig. Angie, vielen Dank. Sehr, sehr süß von dir. Liebe, liebe Grüße, Michelle. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin jetzt gerade draußen. Und ich hab gedacht, wir spielen vielleicht mal ein, zwei Songs für euch, wenn ihr Bock habt. Nur wenn ihr Bock habt. Wir haben ja heute Abend noch einen Auftritt hier auf Fuerteventura. Wir machen das ja schon seit vier Jahren, dass wir hier auf die Insel kommen. In den Robbensohn-Club. Mit einem Auftritt. Und heute Abend wird auf jeden Fall cool. Deswegen wollten wir eh ein bisschen proben. Und ich hab gedacht, ich nehm euch einfach mal mit. Ich hab gedacht, ich nehm euch einfach mal mit. Ich hab gedacht, ich nehm euch einfach mal mit. Ihr seid alle eine von den wichtigsten Personen in meinem Leben, weil ihr mich so krass unterstützt. Und ich wollte diesen Song einfach so machen, dass ihr ihn eurem Lieblingsmenschen schenken könnt. Und wisst ihr, die eine Person von 100.000. Und ich hoffe, ihr feiert es genauso wie ich. Lilly schreibt, ich hab das Gefühl, du ignorierst mich. Nein, 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 ich ignoriere hier niemanden, versprochen. Niemanden ignoriere ich. For what? Komm, ich geh mal zum Ramon. Ramon ist mein Gitarrist. Ich glaube, die meisten kennen ihn. Auf jeden Fall alle, die auf Tour waren. Die kennen alle Ramon. Aber. ornen kann auch ein wichtiges인 сч comfy. Qualität? Wie geht es gut? Komm, ich geh mal ans noten. os ist es, wie ECHRคร? � specific IN TERESع Jersey amнибудь aus dem Markt gehört? Das ist unsere關 che應. Wie geht es wird hin. Dann muss ichientos sein. Ähm, vergessen wie du heißt? Ja? Okay, Leute, wir spielen mal eine Runde vergessen wie du heißt. Warte, Bro, willst du dich hier ersetzen? Ich hab dir so hier extra ein... Scheiße, dass wir hier zusammen sitzen können. Kommst du mit drauf? Juni, ich sehe so rot aus, ne? Bro, ich hab auch so einen Sonnenbrand. Ach, du Scheiße. Die zweite ist, deine Kugel trifft mich nicht mehr. Ach, du Scheiße, was ist los? Peinlich. Okay. Du bist die Liebe meines Lebens, hast du erzählt? Und dann weiter? So schwierig aufzugeben. Und du mir doch so fehlst, hast du viel in dir gesehen? Die Liebe meines Lebens, hast du erzählt? So schwierig aufzugeben, hast du mir doch so fehlst. Viel in dir gesehen, für dich gelebt. Und gedacht, dass du mich verstehst. Aber du hast uns verbrannt, brand, brand. Und heute sag ich Gott sei Dank, 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 dank. Wie ich mal gekannt hab. Aber zwischen mich verwandelt. Und ich fing allein von vorne an. Ich hab vergessen, wie du heisst. Ich hab vergessen, wie du heisst. Manche wundern halt die Zeit. Ich weiß, dein Gesicht ist schön, doch innerlich bist du es leider nicht. Ich hab vergessen, wie du heisst. Vergessen, wie du heisst. Vergessen, wie du heisst. Vergessen, wie du heisst. Deine Kugel trifft mich nicht mehr. Sie schießt vorbei. Halt dich bei einem anderen, wenn du nicht weiter. Halt dich bei einem anderen, wenn du nicht weiter. Vergessen, wie du heisst. Vergessen, wie du heisst. Ich hab vergessen, wie du heisst. Ich weiß, dein Gesicht ist schön, doch innerlich bist du es leider nicht. Ich hab vergessen, wie du heisst. Wir sind gerade nur dabei, uns einzusingen, ne? Oh, André Scharfenort, was geht? Okay, Leute, sonst geht's euch allen gut? I hope so, I hope. Liebe Grüße an Isabel. Wie schön das war. Willst du mal 100.000 singen? Willst du mal drone- começer. Willst du mal 100.000 von mir? Wer warst du mal 100.000irend? Willst du mal 100.000? Ich schätze das, wenn du dir meinen Essensосс�ata heyst. st du mal 70.000? innen? Ich werde dir immer scheißegal, auch ohne Make-up Ich schwör dir, dass alles ist und du bist mein Bestoff und Frauk Ich brauch keine Models, keine Sidecheats, nur dass du ganz oben mit mir heim bist Glaub mir, Baby, zeig mir hunderttausend, es gibt keine wie dich da draußen Ich will nur, dass du heute da bist, deine Lippen können auch gemeint sein Ich würde nichts finden von anderen Typen in deinem Chat Wenn ich mal weg bin, dann muss ich wissen, wie's dir geht Und wenn ich wieder deine Stimme höre, dann gehst du ran, egal, ich stehe Auch ohne Make-up, ich schwör dir, dass alles ist und du bist mein Bestoff und Frauk Ich brauch keine Models, keine Sidecheats, nur dass du ganz oben mit mir heim bist Glaub mir, Baby, zeig mir hunderttausend, es gibt keine wie dich da draußen Ich will nur, dass du heute da bist, deine Lippen können auch gemeint sein Glaub mir, Baby, zeig mir hunderttausend, es gibt keine wie dich da draußen Leute, auf jeden Fall schon geil Schaut euch bitte diese View an Was geht bei euch, Leute, alles gut? Was macht ihr so? Wir waren gerade schön am Strand, haben ein bisschen gechillt Sing mal Paronid, dafür bin ich auf jeden Fall noch nicht gut genug eingesungen Wo seid ihr am Ferien machen? Wir sind hier in Fuerteventura, auf Fuerteventura Koffer packen, jetzt noch nicht, wir sind noch ein paar Tage hier Okay, Leute, will hier jemand Gast kommen? Hat jemand Bock drauf? Nehmen wir mal ein, zwei Leute hier Gast Ja, André 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 will einfach nie mit uns an den Strand gehen Dann chillt die ganze Zeit in seinem Zimmer Das ist unglaublich, Mann Wie war der Flug mit Maske? Voll ungewohnt auf jeden Fall Komisch, aber Halber stickt So muss es So muss es Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Danke, Mike. Feierst du 100.000, Jessica? Ja, oh mein Gott. Ich feiere das so krass. Das ist mein Lieblingssong. Ernsthaft? Das freut mich aber sehr. Das ist so... Oh Gott. Dieser Song ist einfach so krass. Okay, Jessica. Immer schön weiter streamen. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Ja? Ja, okay. Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald. Danke für deine Unterstützung. Peace. Oh, sie hat selber verlassen. Krass. Nice. Was sind denn hier für komische Kommentare? Jessica war sehr, sehr, sehr süß. Willen wir noch einen machen? Ja. Crazy. Oder Crazy Man. Okay. Ihr wisst bestimmt alle, dass ich bei The Mars Singer dabei war und da habe ich ja den Song Crazy gemacht und jetzt machen wir mal Crazy für euch. und da habe ich ja den Himmel. Und da habe ich ja Na, da, 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 da. Da, 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 da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Maybe we're crazy, does that make me crazy, probably, probably, yeah. Probably, yeah, oh no. Und noch einmal alles zusammen, ey, ey. Does that make me crazy? Maybe we're crazy. Yeah, 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 yeah. Einmal Applaus für Ray Moon. Gracias, gracias. Gracias, amigo. Ein bisschen Live-Session mit euch. Müssen wir echt öfters machen. Vielleicht müssen wir die Tage mal öfters. Ey, bei dem Ausblick? Bei dem Wetter. Kann man eben noch jemanden, ja? Oh, falsch rum. Wieder falsch. Ich drücke mal. Mike's big brother here. Okay. Mike's big brother here. Mike's big brother here. Okay. nten one. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Singer Soulmate, liebe Grüße. Das gehört. Okay, die Leute haben Bock auf eine TikTok-Challenge. Ich denke, morgen oder übermorgen fangen wir damit an. Okay, Leute, wir müssen richtig am Start sein. Wir haben uns was richtig, richtig Gutes ausgedacht. Okay, Leute, wir wollten eigentlich nur mal kurz online gehen und ein bisschen mit euch singen. Komm, wollen wir noch einmal 100.000 machen? Ja, Mann. Zum Schluss für euch noch einmal 100.000, Leute. Und wenn wir dann offline gehen, hoffe ich, dass ihr alle weiter schön streamt und am Start bleibt. Jeder kennt das, dass man irgendwas vermisst. Und ich weiß, was es ist, was man... Ich weiß, was man... Ich weiß, was man... Es hat ja immer deiner war. Es ist kein Louis wie und kein Louis. Geld war mir immer schönsegal. Na mal. Auch ohne Make-up, ich schwör' dir, dass alles ist jung, du bist mein Bestop, Frau, Frau und Kumpel. Ich brauch' keine Models, keine Stardys, nur dass du ganz oben mit mir high bist. Glaub mir, Baby, seid mir hunderttausend, es gibt keine wie Kirchstadt draußen. Will nur, dass heute da bleibt, deine Lippen könnten auch gemalt sein. Glaub mir, Baby, seid mir hunderttausend, es gibt keine wie Kirchstadt draußen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin direkt immer in diesem Live-Feeling. Ich hoffe, einige von euch konnten schon mitsingen. Okay, Leute, ich poste jetzt gleich auf jeden Fall ein neues Instagram-Bild. Seid am Start, checkt es ab und streamt immer weiter 100.000. Ich hoffe, das Song gefällt euch und ich wünsche euch sonst eine schöne Zeit. Und ich melde mich morgen wegen der TikTok-Challenge. Ciao, Leute, ihr seid die Besten. Peace out. Make a girl. Peace out. Peace out.